willkommen in einem neuen video von mir auf meinen kanal mein freund will sich leider nicht zeigen aber wir machen heute was machen wir heute kleines mini spiel mit der fußball challenge und am ende der derjenige der verliert kriegt so ein ein auf dem kopf oder vielleicht zwei ja wir fangen jetzt einfach an wie ihr sehen könnt lyon ist da da hier und ich bin hier das wird mein tor sein und wir spielen bis wie viel spielen wir bis drei tore ok wir spielen damit es bis drei tore leute wir fangen jetzt einfach an sekunde Das war die Antrim. Nicht vergessen, wir machen Eier! Scheiße! Aber ich hätte dich noch getreten gerade. Ja, wir machen. Gut. Ja, wir machen. 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 Ganz ehrlich sagen, ich komm langsam rein. Hier und auch? Okay, noch so. Ja, wir machen jetzt weiter. Nein, nein. Scheiße. Komm. Bei mir, bei mir. Komm. 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 Sit. Highذ does Wenn! Ja, komm. Nein! Oh! 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 Ah! Das ist mein Tor! Puh! Das dauert ein guter Sand vorbei. Ich kann auch noch mal reinkommen. Jetzt geht es auch um den Herbst. Das ist mein Tor! 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 Nein! 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 Ich habe gewonnen. Ich habe gekämpft wie ein Mann. Puh! Wir stellen jetzt alles auf. Wir fangen jetzt an. Ein Tor. Wie viele Punkte machen wir hier? Ein Punkt oder zwei? Wir machen hier bei der Station 10 Punkte. Hier kommen 2 und da hinten kommen 3 Punkte. Okay! Und ihr da 3 Schüsse? 3 Schüsse! Okay! Wir fangen jetzt an! So Leute! Also wir machen jetzt hier eine Challenge. Also das ist jetzt hier vorne. Das linke Tor. Das wird jetzt das mit den 2 Punkten sein. Das ist der hintere. Das mit 3. Und der, der jetzt gleich mehr Punkte hat von den 4 Schüssen, der ist der Gewinner von dieser Challenge. Und bei der dritten Challenge wird entscheiden, ob derjenige dann, wenn es Salvador jetzt zum Beispiel kriegt, ist derjenige, der dann, halt bin ich zumindest, der das Ei auf dem Schiedel bekommt. Ah, 2 Punkte! 2 Punkte Salvador! Wir fangen jetzt an! Jetzt ist Leon dran! Und let's go! Nicht getroffen! 0 Punkte! 2 Punkte! Okay! Ah, 4 Punkte insgesamt jetzt für Salvador! Ah! Ah! Leon ist dran! Wir fangen jetzt an! Komm Leon, zeig die Klasse! Unser guter Torwart! Weg! Der nächste! Jo! Wie viele Punkte? 5 Punkte Leon! Ich hab 7, Leon hat 5! Jetzt zauert er wieder an! Ich hab 7 Punkte! Leider hat er 7 und nicht nur 5! Ah! 9! Bitte treff ihn jetzt nicht! Scheiße! Salvador hat jetzt schon 10! Du bist ein guter Spieler, komm! Gib Gas! Wir schauen jetzt! Getroffen! Komm, 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 komm! Und getroffen! Wie viele hast du? Auch 11! 11, 11! Leute, 11, 11! Letzte Runde, letzte Runde! Wir geben jetzt richtig Gas! So Leute, wenn jetzt... Jeder hat jetzt nur noch einen Schuss! Wer dann jetzt nicht trifft, der hat verkackt! Der kriegt dann am Ende ein Ei auf dem Schädel! Ja! Ich komm! Wuh! 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 Nied. Runde Nummer 2. So, ich kann jetzt auch so nach Lacken. Bis nicht. Und kriegst du ein Ei auf den Kopf? Jetzt krieg ich dich nicht brav, Mann, weh eh. Der Kassier ist ein Ei auf den Kopf jetzt. Leute, wir haben es getan, Leo hat verloren. Also ein Ei auf den Kopf. Ein Ei auf den Kopf. So ein Ei auf den Kopf. Ljung noch ein, wir haben zwei gehen. Ljung noch ein. Komm, mal auf ein. Wörter ich habe mich auch einen, Ljung. Guck mal, ich habe auch einen. Mann! Scheiße! Scheiße, meine Arme. Erstmal bitte ich die Dauer auf den Busch. Scheiße! Okay, so wollen wir. Ja, halt beenden. Kommen wir noch hin? Wir sagen Tschau und danke, dass ihr zu deinem Sitz so geschaut habt.